So, aber auf unserer Vorschießen-Liste von dem Batteriefeuerwerk kommen wir zum letzten Punkt, seit ich hab was übersehen, ne die 54 und das ist ein Verbundfeuerwerk der Firma Heron. Wir haben hier glaube ich ungefähr 100 Sekunden, das heißt hier sind mehrere Batterien nacheinander geschaltet, sie müssen einmal anzünden und wie das dann aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Unfassbar, oder? Unfassbar Unfassbar Was war da denn? Unfassbar, oder? Boah. Schönen Morgen.